Was ist denn das schon mit der? Super, ganz klasse. Ich glaube, jetzt müsst ihr wirklich frisch aufmachen des Nächsten. Die Daniela möchte auch probieren. Das ist, weil die Weiber nie machen, was man sieht. So ist es denn. Oh scheiße, ist alles hier drauf. Naja, ansonsten ist hier ein schöner Lauf. Ja, klar. Tja, ja. Jetzt passt's. Toll. Super, klasse. Mach die Champagnerkiste auf. Ist auch los, wo du trainierst. Ein Gläschen Sekt wartet auf dich. Ja, das hat zwar die Bünde gekostet. Ist auch das alles. Ja. 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 Ja.